Die Baikal MP61 bei Airgun.de im Test. Servus, schön dass ihr reinschaut. Ja, heute spreche ich wieder ganz besonders die Plinker, die Sparfüchse und die Einsteiger an. Und zwar habe ich was richtig cooles für euch. Für unter 120 Euro bekommt man dieses coole Luftgewehr, die Baikal MP61. Alle Wettkampf schützen, alle Field Target schützen. Das ist jetzt nichts für euch, außer ihr braucht ein bisschen was zum Bierdosen umschießen oder einfach für den Blinking Spaß zwischendurch. Ich werde euch heute das Gewehrchen vorstellen. Ich werde einen Chrony Test machen. Ich werde einen Schusstest machen. Wir werden einen Abzugstest machen. Dann erzähle ich noch ein bisschen was drüber und dann natürlich, ja, am Ende gibt es dann wieder ein Fazit. Wir steigen einfach mal ein. Ja, die Baikal MP61 ist ein recht kompaktes Gewehr, das in Russland hergestellt wurde. Soweit ich weiß, wurde das früher zum Training der Biathlon-Jugend in Russland, ja, ich sag mal, entwickelt. Und wir haben hier ein sehr robustes Modell, das eigentlich gerade mal zwei, ich sag mal, Materialien verwendet. Das eine ist ein Kunststoff und das andere ist eben Metall. Vom Gewicht her ist es super leicht, liegt einfach daran, bei uns natürlich ab 18 Jahren erhältlich, frei ab 18 Jahren, aber in anderen Ländern sind die Waffengesetze nicht ganz so scharf wie bei uns und dort ist es halt hauptsächlich für die Jugend gedacht. Deswegen ist es auch von den Abmessungen her relativ kompakt und auch richtig schön leicht. Ich werde es euch später aber zeigen, dass man das auch ein bisschen auf seine Körpergröße auch anpassen kann. Also wir schauen es uns mal an. Vorne haben wir das Laufende mit dem Korntunnel und dem Korn drin. Dann haben wir den Lauf. Wir haben hier die in der Höhe und zeitlich verstellbare Kimme und die Kimme, ihr seht hier einmal haben wir eine eckige Kimme und wenn man die beiden kleinen Schrauben hier rausdreht und die einmal rumdreht, dann bekommt man hier eine runde Kimme. Je nachdem wie es euch besser gefällt, könnt ihr die so oder so einstellen. Dann haben wir einen Vorderschaft, natürlich auch aus Kunststoff, der aber sehr griffig ist. Hier an der Seite ist er so ein bisschen aufgeraut und der ist relativ lang, je nachdem, dass man das, wenn man es in Anschlag nimmt, ob man es kurz in Anschlag nimmt oder länger, dass man hier die Möglichkeit hat, das richtig auf seine Wünsche halt eben anzupacken. Dann haben wir, ich verhalte es einfach mal in der Hand, haben wir den seitlichen Spannhebel. Also das heißt, ihr ladet eines der beiden im Lieferumfang enthaltenen Magazine mit fünf Diabolos, schiebt es hier an der Seite dann rein, das zeige ich auch später auch noch in Aktion und dann könnt ihr den Spannhebel hier leicht nach oben anheben, einmal zurückziehen, wieder nach vorne machen, Schuss abgeben. Das Gewehr hat natürlich eine Sicherung und zwar ist es eine manuelle Sicherung. Das heißt, momentan ist es feuerbereit. Keine Angst, es ist kein Diablo drin, es ist kein nicht gespannt und hier sind die Magazine. Rot, wenn ihr seht, ist es feuerbereit. Wenn ihr das nach oben macht, dann ist es eben auf safe. Ihr müsst es nicht zwischen jedem Schuss, ich sag mal, neu betätigen, die Sicherung, sondern es reicht, wenn ihr die einmal, sag ich mal, raus macht, feuerbereit macht und dann könnt ihr nacheinander durch fünfmaliges repetieren, eure fünf Schüsse abgeben. Was darauf zu achten ist, die, wie ihr hier seht, die Magazine sind relativ, ja ich sag mal, schmal. Ihr müsst darauf achten, normale Rundkopf, normale Flachkopf Diabolos passen problemlos rein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Spitzkopf Diabolos wie die H&N Hornets verwenden wollt, da müsst ihr darauf achten, dass ihr die neuen Hornets verwendet, weil die nämlich um einiges kompakter sind. Also die sind etwas kürzer als die alten. Die alten, wenn sie zu lang sind, ja, ich sag mal, oder so Tonnen oder sowas, ja, die sind halt eben zu lang und die bekommt ihr halt nicht rein. Also das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Ja, dann haben wir hier den Abzug. Der Abzug ist im Vorweg einstellbar. Zum Abzug erzähle ich euch dann noch ein bisschen was, wenn ich den Schusstest mache. Da kann ich es nämlich dann so richtig live noch ein bisschen was darüber berichten. Dann haben wir den Hinterschaft. Da seht ihr diese Schraube unten dran. Wenn man die Schraube löst, lässt sich dieser in der Länge verstellen. Das ist aber noch nicht alles. Also das geht noch ein ganzes Stück weiter. Ich würde die jetzt gerade mal rausdrehen. und dann seht ihr hier diesen, 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 diesen Einsatz, der sich dann eben auch noch nach hinten verstellen lässt. Dann habt ihr diese, ja, diese Verstellmöglichkeit noch mal vier Zentimeter, sagen wir mal weiter hinten und da könnt ihr dann einfach noch mal, ich sag mal, diesen, diesen Abstand vergrößern. Ich lasse den jetzt einfach mal so eingestellt. Ich komme so super klar damit, ziehe mir den hier relativ weit raus und dann ist es eigentlich für meine Körpergröße wirklich, ja, gut zu bedienen, sagen wir mal so. Okay, dann haben wir hier oben drauf, ihr seht, ich habe den Hawk 3MORE Red Dot verbaut, weil wir haben zwar hier eine 11 Millimeter Prismenschiene, allerdings ist die nur sechs Zentimeter lang. Das heißt, ihr braucht entweder eine Zielfernrohrmontage, die versatz ist, also sprich, die hier diese sechs Zentimeter greift und hier nach oben dann eine längere Fläche bietet, dass ihr, ja, ich sag mal, auch ein größeres Zielfernrohr drauf machen könnt oder ihr müsst halt darauf achten, dass ihr ein recht kleines, kompaktes Zielfernrohr habt, auf dem ihr dann die Montagen ganz nah beim Turm dann halt eben dran anbringen könnt und dann könnt ihr auch ein kleines Zielfernrohr befestigen. Was schön ist, ist halt eben ein Red Dot zu befestigen. Erstens passt es richtig gut optisch drauf und ich habe hier einfach einen Adapter 11 Millimeter auf Picatinny. Das sind so kleine von UTG, die man so zusammenschieben kann. Da habe ich einen befestigt und habe halt mein, ja, mein Hawk Red Dot halt oben drauf angebracht. Und damit finde ich es, es ist gut über Kimme und Korn zu schießen, aber mit einem eingeschossenen Red Dot bekommt man es einfach noch mal ein bisschen präziser hin. Ich hätte gesagt, wir kommen jetzt mal zum Abzugstest. Ich habe hier meinen Lühmann Abzugstester. Den habe ich natürlich auf Gramm und Kilogramm umgestellt. Schnappen wir das Gewehrchen. Hier haben wir den seitlichen Repetierhebel. Es gibt jetzt eine alte Version noch von der Baikal MP61. Da haben wir hier vorne einen Knopf dran, dass man den, ich sag mal, aus der Verriegelung lösen kann. Hier beim neuen hebt man den minimal an. Dann lässt er sich praktisch kraftlos oder aufwenden von groß Kraft lässt er sich, ja, ich sag mal, zur Seite wegziehen. Dann nehmen wir das Magazin. Es ist wichtig dabei, dass ihr das Gewehr immer ein bisschen nach vorne kippt. Einfach aus dem Grund, die Diabolos, die liegen sehr, sehr locker in diesen Magazinen drin. Jetzt sind die schon, ja, ich sag mal, nicht die, nicht die kleinsten, also keine 4,49er oder so, sondern die, die in anderen Gewehren schon etwas strammer liegen. Aber es kann sein, wenn man die nach hinten kippt, dass die halt einfach rückwärts wieder rausfallen. Deswegen nehme ich das Gewehr immer ein bisschen nach vorne runter, schiebe das hier einmal rein, habe jetzt nur einen einzigen Schuss geladen, weil ich halt eben nur den Abzugstest machen will. Mach das hier zu, schnappe mir den Abzugstester. Und dann haben wir ein Abzugsgewicht von 660 Gramm. Das unterscheidet sich zu allem ein bisschen, was ich jetzt im Internet zuvor gelesen habe, beziehungsweise mich informiert habe. Da hat man über das, ja, recht hohe Abzugsgewicht gesprochen. Kann ich hier absolut nicht bestätigen. 660 Gramm ist für ein Freizeitgewehr wirklich absolut gut. Okay, aber zum Abzug gibt es später mehr. Ich hätte vorgeschlagen, ich habe jetzt in der Theorie eine ganze Menge erzählt. Wir machen erstmal einen Chronitest und danach machen wir den Schusstest. Viel Spaß, Leute. So, wir machen jetzt zehn Schuss mit den Airgun, die das feine ist. Das sind die Diabolus, die wir auch im Schusstest verwenden. Und los geht's. Wir machen jetzt hier. und der zehnte Schussanzahl 10, durchschnittliche Energie 4 Joule, durchschnittliche Geschwindigkeit 120 Meter exakt, von 117,5 bis 122,3, Konstanz von 5 Meter, Standardabweichung vom Mittelwert 1,3 Meter. Tja, das ist, sag ich mal, ein ganz normaler Wert für einen Preller. Und jetzt wird eine Runde geschossen. Los geht's, Leute. Wir sind jetzt beim Schusstest angekommen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, worauf ihr achten müsst, die Magazine immer schön nach unten zu halten, weil sonst passiert einfach... Das war jetzt mal ein geiler Vorführeffekt. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass das Diabolo drin bleibt. Ja, okay. Das ist geil. Mir ist schon so oft am Anfang passiert, dass ich so das reingetan habe und es sind alle fünf wieder rausgefallen. Also gut. Trotzdem probiert es einfach raus. Das wäre jetzt gut. Okay. Also ich mache es trotzdem weiterhin so. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass ich es ein bisschen nach vorne kippe und dann das Magazin eben einfach reinschiebe. Dann schließe wir den Hebel und ich hoffe, dass ich dem Gewehr gerecht werde. Ich habe schon einige Schuss natürlich gemacht, um mich einzuschießen und so weiter. Und da waren die Ergebnisse richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass ich es wieder so hinbekomme. Los geht's, Leute. Ich hoffe, dass ich es wieder so hinbekomme, dass ich es wieder so hinbekomme, dass ich es wieder so hinbekomme. Ich hoffe, dass ich es wieder so hinbekomme. Gerade wollte ich schon sagen, dass es eigentlich für einen Red Dot ziemlich gut getroffen war. Der Fünfte hat das jetzt nicht direkt bestätigt. Wir können uns ja mal das Zwischenergebnis hier anschauen. Ihr seht, dass die ersten vier hier wirklich super nah zusammen waren. Und der Fünfte ist mir dann komplett ausgerissen. Das ist halt immer ein bisschen die Schwierigkeit beim Prellerschießen. Konstant zu bleiben, konzentriert zu bleiben. Und wenn man nur diesen einen kleinen roten Punkt hat und den einfach auf die schwarze Fläche anhält, mit einem Zielfernrohr tut man sich nochmal ein bisschen leichter. Ich will jetzt nicht meine Leistung rechtfertigen, aber ich will das Gewehr ein bisschen in Schutz nehmen. Also wir machen mal die nächsten fünf einfach noch auf die gleiche Scheibe. Ja. Ja. Okay. Okay. So, das müsste es gewesen sein. Genau, Magazin ist leer. Das waren mal die ersten zehn Schuss. Also ich habe mich dann doch noch ein bisschen rehabilitiert, hätte ich mal gesagt. Ihr seht hier, dass die meisten dann doch noch in den engen Bereich hier reingegangen sind. Zwei sind mir abgehauen. Man muss halt sagen, der Abzug, dadurch, dass man nicht den hundertprozentig klaren Druckpunkt hat, muss man schon genau wissen, wann der Schuss bricht und in dem Moment darf man halt auch nicht verreißen. Es ist okay, ich hätte vorgeschlagen, wir machen nochmal zehn und dann schauen wir mal, ob wir das nochmal ein bisschen präziser hinbekommen. Also auf. Sonst kann ich noch dazu sagen, vom Spannen her ist es super einfach. Also da braucht man praktisch keine Kraft. Ja, ihr habt es gerade gesehen, die Feder hat oder die Leistung liegt bei 4 Joule. Erklärt wahrscheinlich auch, warum das relativ einfach geht. Aber wenn ihr jetzt, sag ich mal, Distanzen auf zehn Meter oder so oder die normalen Dachbodendistanzen oder so schießt oder, keine Ahnung, auf 20 Meter dann irgendwelche Bierdosen umschießt oder so was, dann ist das mit den 4 Joule auch völlig in Ordnung. Klar, für mehr Ambitionen, tiefer in die Tasche greifen, müssen wir halt was anderes nehmen. Aber wir gucken nochmal, jetzt kriegen wir es nochmal ein bisschen besser hin, hoffentlich. Okay. Es ist schade, dass ich nicht ganz die Leistung aus dem Training hinbekomme. Es ist okay, man kann nichts sagen, aber ich habe es schon mal besser geschafft. Schade, dass es jetzt gerade nicht so ist. Noch einer drin. Okay, also wir gucken es uns nochmal genau an. Beim ersten Mal haben wir 92 Punkte erreicht. Das heißt, ein Schnitt von 9,2. Da hatten wir zwei richtig schöne Volltreffer dabei. Seht ihr hier an diesem schwarzen Balken. Und allerdings auch zwei Achter. Beim zweiten Mal hatte ich eigentlich gehofft, noch ein bisschen besser zu werden. Haben aber nur 91 Punkte geschafft. Hatten wir nur einen Achter, aber dafür sehr viele Neuner. Im Training habe ich es besser hinbekommen. Es hat jetzt gerade nicht sollen sein. Ist aber auch nicht dramatisch. Ich denke, man sieht, dass es auf jeden Fall möglich ist. Natürlich erfordert jedes Gewehr einfach Training. Wenn man mit dem 1.000 Schuss gemacht hat, wenn ihr es euch kauft, dann wette ich. Schlagt ihr die Ergebnisse locker, weil das Gewehr hat es drauf auf jeden Fall. Ich hätte vorgeschlagen, wir kommen zum Fazit. So, wir kommen zum Fazit. Wir haben den Abzugstest gesehen, wir haben den Chronytest gesehen, wir haben den Schusstest gesehen. Also mit der Schussleistung bin ich absolut zufrieden. Die Präzision, klar, auch bedingt durch einen Rotpunkt. Es ist einfach noch ein bisschen einfacher macht als über die offene Visierung. Also die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ihr müsst bedenken, wir haben hier ein Gewehrchen, das für 100, 120 Euro zu bekommen ist. Es ist ein Mehrlader. Ja, es ist schon ein bisschen, ja, oder es ist eigentlich einmalig in dieser Konfiguration, sage ich mal. Das richtet sich ganz klar an die Hobby-Schützen, an die, ja, ich sage mal, Bierdeckel-Umschießer und sonst irgendwas. Also ganz klar, wenn ihr Wettkampfambitionen habt oder halt auf höchste Präzision Wert legt, dann müssen wir natürlich zu was anderem greifen. Oder wenn ihr auf einen tollen Holzschaft Wert legt, dann ist die Biker MP61 nichts für euch. Für jeden, der wirklich was Robustes sucht, was eigentlich praktisch Unkaputtbares und einfach was zum Ausprobieren des Hobbys oder halt einfach nicht so viel Geld ausgeben will für das Hobby, der ist mit der MP61 auf jeden Fall super beraten. Besorgt euch einen Rotpunkt. Es kann natürlich auch ein günstigerer sein. Der hier kostet mehr als das ganze Gewehr. Also die gehen natürlich auch günstiger los. Ich kann immer grundsätzlich empfehlen, schaut, dass ihr vielleicht einen 3-Mohr-Rotpunkt bekommt. Es gibt auch diese 5-Mohr, aber ich sage mal, der Punkt ist einfach nochmal ein bisschen kleiner und ihr könnt kleinere Ziele besser anvisieren, wenn ihr so einen kleineren Rotpunkt nehmt. Ja, positives Feedback von meiner Seite aus, positives Fazit von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Auf rgandhi.de seht ihr natürlich noch Nahaufnahmen von dem Gewehr. Ihr seht die Kategorisierung, wo ich es einkategorisiert habe in Sachen Präzision, in Sachen Materialverarbeitung und in Sachen Handling. Schaut da einfach mal vorbei, abonniert euch die Seite. Mittlerweile ist es schon so weit, dass wir nicht nur 4 Videos pro Monat haben, sondern dass wir sogar noch mehr rauskommen. Und wir haben in der letzten Zeit echt ein paar richtig coole Gewinnspiele gehabt mit richtig, richtig hochwertigen Preisen. Also verpasst es nicht, sagt es gern weiter. Klar, Diabolus, wenn ihr sucht, man hätte auch die Möglichkeit gehabt, hier zum Beispiel Flachköpfe, günstige zu schießen, passend zum Gewehr. Aber ich wollte einfach zeigen, was mit guten Diabolus einfach an Präzision möglich ist. Wenn es nur auf Bierdosen geht, könnt ihr auch natürlich ein bisschen was Günstigeres noch nehmen. Ganz klar, aber ich freue mich natürlich, wenn es dann die Training Master werden und ihr mich dabei unterstützt. Das war es von meiner Seite aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, sagt der Gandhi.